Nächste Haltestelle, Wäldner Tor, Übergang zur S21 sowie zu den U-Bahn-Linien U2, U3 und U4. Bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteig. Die S21 ist in der Nähe von der S21. Die S21 ist in der Nähe von der S21. Was ist das? Das ist das. Danke. Drei Kreuz Richtung Hammerhofen. Fett in Petersburg. Hier aussteigen. Ab hier fett erschienen. Das ist das. Erstmal starten. Ausstieg. scratchiert. Sonst machts Аttock. Vielen Dank.